Mit meinen Tüten. Konrad nimmt schon auf! Ja! Ja! Die lustigsten Sachen passieren sowieso nicht in der offiziellen Aufnahme. Ich muss mal hier kurz synchronisieren. Soll ich für dich synchronisieren? Ja mach mal! Schlag! Und Schlag! Und nochmal! Und nochmal! Ach du bist tot! Das war einmal zu viel glaube ich. Oh Schuss! Schuss! Nein! Nein! Ich krieg dich! Komm mal mit Motorrad! Müssten wir da doch reinfahren können oder? Eigentlich schon! Sollen wir das mal ausprobieren? Ja! Komm wir holen mal Motorrad! Nimmst du auch alles mit! Nimmst du auch alles mit! Ich nimm alles mit! Tako! Hey! Wollen wir einen Tako essen gehen? Yeah! Komm! Die Taste Explosion! Die Taste Explosion! Die uns auch reinlässt! Na Oma! Oder was bist du da draußen? Verdammt! Und dann trägt sie auch noch eine Adidas Nutze! Ach was ist die cool! Eine Schlafanzughose an! Eine Base Cap! Also Konrad! Du hast auch von niemandem halt ne? Jetzt packest du schon alte Frauen an! Du hast doch gesagt ich nehme alles mit! So jetzt habe ich auch eins! Ich muss ihn aber erledigen! Und wo ist jetzt der Kleiderladen? Weißt du noch wo es lang geht? Ja! Okay dann fahre ich dir! Oh da ist so ein Arsch! Schnell weg! Cassius wo fährst du hin? Ich fahre einmal hier um den Kreis! Weil wir sind da... Bei uns sind da gerade welche auf dem Persen! Außer wie fecht bin ich! Jetzt ist der Typ hinter dir hier! Was wollen die von uns? Weiß nicht! Vielleicht zum Rundhuhweilern? Oder zum Kaffee? Die hängen mir aber auch voll am Arsch! Ich würde behaupten ich habe sie abgehängt! Ah ne da ist er wieder! Ach Ficken! Boah dieser Kleine! Wir wollten doch nur ein Motorrad haben! Oh ich habe ein Stoppschild überfahren! Ach wir hätten einfach ein Motorrad haben können! Fällt mir gerade ein! Huch! Jetzt habe ich jemanden angefangen! Ja wie denn? Ich kann ja meinen Mechaniker anrufen! Ach! Hast du einfach einen? Ich habe ein Motorrad in der Garage stehen! Ach jetzt suchen die mich so! Die kleinen Striche! Was wollen die von mir? Boah! Habt ihr keine Hobbys oder was? Wir haben dein letztes Pflege gesehen! Mann! Spiel doch Call of Duty oder irgendwas! Wenn ihr Leute killen wollt! Ey alter! Spiel mal Minecraft! Boah! So! Wo ist denn jetzt hier? Der Kleiderladen! Ah! 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 Motorrad! ist hier die Hetze und Siebel auf dem Hals! Yeah! Man kann mit dem Motorrad durch den Kleiderladen fahren! Ah! Wie geil ist denn das bitte? Ich nehme jetzt Abkürzung! Ah! Typisch! Ich will Abkürzung nehmen und fahre gegen die Bande! Aua! Ähm! Ich habe mein Motorrad mal im Türrahmen geparkt! Ich glaube die Verkäuferin ist ein bisschen erschrocken, dass ich hier mit dem Motorrad reinkam! Ach! Hör doch auf zu heulen jetzt! Was hast denn du für einen Saustall auf deiner Theke hier? Du musst dich ja nicht wundern! Ja! Was ist denn hier ein Staubsauger? Ach! Das ist ja auch mal cool! Sag mal was gibt es denn hier noch alles? Postkarten! Okay! Luftmatratzen! Was? Luftmatratzen? Luftmatratzen! Für 9,99! Ich bin gleich da! Ja! Die Luftmatratzen sind runtergesetzt von 19,99 auf 9 Dollar! Da sollten wir uns fast eine kaufen! Guten Tag! Guten Tag! Wie finden Sie dieses Kleid hier neben mir? Würde das mir stehen? Ja! Dieses dezente Teil mit den Rüschen dran! Ja! Ich zeige Ihnen mal mein Kunstwerk! Sehen Sie in diese Türe bitte? Ja! Ich gucke! Ich schaue! Oh! Diese ganzen... Oh! Diese Vielfalt! Diese Pracht! Die sind wunderschön! Sehen Sie mein Motorrad? Abstrakte Kunst! Wunderschön! Schöne! Und wie kommen die Gäste jetzt aufs Klo? Ja! Vor allem bickrig komme ich jetzt wieder an mein Motorrad! Weil wenn ich aufsteigevielle! Wenn ich aufsteige will! Wähvedbeidle! Scheiße! Jetzt bin ich hier hinten! Ich komme nicht mehr raus! Ich komme nicht mehr raus! Da der Motorrad... Aua! Geil! Warte, ich stecke nicht auf! Jawoll! Oh! Komm! Und los! Gib Gas! Oh! Aua! Wir kommen hier nicht wirklich weit! Oh! Ach schön! Gib alles, Casius! Ich gebe Gas! Tschüss, Verkäufer! Auch du hast mein Motorrad versenkt! Du hast mein Motorrad versenkt! Was? Nein! Nein! Er reitet da durch Nacht und Wind! Das ist der Konrad! Das kleine Kid! Nur der Konrad! Wollen sie die Weiß machen? Scheiß NSA! Ich hasse euch! Scheiß Übermachungsstart! Machst du denn das? Hast du Anfälle? Nein! Ich trete meine neuen Schuhe ein! Ach, schau mal Casius! Da unten läuft deine Ex! Ja, ich störe euch nicht weiter! Schnuckin! 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 Bleib hier! Lass es uns doch mal probieren! Bitte! Oh! Entschuldigung! Oh Gott! Bleib da stehen! Oh! Ich hab die Schnutze voll! So! Ja, jetzt liegt sie da! Ja! Sie schläft! Sie macht... Oh! Aua! Was machst du denn? Du hast da hinten jemanden erschossen! Du wolltest auf mich schießen und hast da hinten jemanden erschossen! Ach, Scheiße! Och, und was für eine Süße! Mensch! Ja, das ist richtig! Sie waren Mensch! Hat sie Geld verloren? Ich glaub, sie hat starke Regelblutungen! Ich glaub, wir müssen flüchtig in Ruhe kommen! Aber nicht wegen mir! Juhu! Hey, Fettsack! Was ist los? Ich komm nicht weiter! Das klingt horriblich! Er hat was? Schau, wo du gehst, hm? Was ist Fettsack? Was denn? Bist du denn? Konrad! Ja, lauf! Tut dir gut! Siehst du auf mich? Nein! Ich trainiere hier grad... Ich mach grad Biggest Loser für... für Arme! Loser! Und wieder nach oben! Und wieder zurück! Und wieder zurück! Und wieder zurück! Guck mal auf die Karte! Ich weiß auch nicht! Ich bin hier bei Tine Wittler zu Hause, so wie es aussieht! Ich mach die Wohnung schön! Zumindest ist hier ihre Verwandtschaft irgendwie! Ich glaub, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, der Arme! Ja, ich auch, wenn ich hier so weiterlaufe! Und kein Auto in Sicht! Aber Kondition hat er, der kleine Dicke! Ja? Mhm! Biggest Loser! Yeah! Live bei GTA Online! Hereinspaziert! Hereinspaziert! Und willkommen bei Konrad zum Biggest Loser! Der Training Marathonlauf läuft! Loslauf, du fette Sau! Tu was für deinen Sieg! Oh, hier ist wieder so ein geiler Mustang! Na, ihr Schnitten! Na? Schreibst du eine SMS an deinen Freund? Willst du ein Foto von mir machen? Guck mal, guck mal, was du da schreibst! Ich will mir auch so ein Smartphone zudeln! Lauf doch nicht gleich weg! Hast du wieder verscheucht, oder was? Ja, die wollte mich nicht! Komm, wir gucken mal auf der anderen Straßenseite! Die sehen eh netter aus! Okay! Hallo, werte Damen! Haben Sie vielleicht für mich auch eine Zigarette? Darf ich eine Zigarette schnurren? Nicht? Okay! Weg mit dir! Och, jetzt hat sie ihren Kaffee fallen lassen! Hat sie eh nicht bezahlt! Aber ein schönes Blümchen hat sie im Haar! Guck mal! Jetzt raucht die eine! Ist ja klar! Oh, jetzt ist der Kaffee weg! Jetzt rauche ich mir erst mal eine! So! Wenn die auch ein kleines! Wird die Augen lügen? Oh, das ist gutes Zeug! Das ist gutes Zeug! Du rauchst? Aber, also... Au! Oh! Oh! Meine Eier! Wir sind geschillt! Wir sind geschillt! Wir sind geschillt! Wir sind geschillt! Jetzt gehen wir ein paar Schnitten klar machen, oder Stormy? Ja, logisch! Komm, wir gehen an den See! Da liegen sie doch meistens so halben Akt rum und legen uns einfach dazu! FKK live! Bloß das dürfen wir nicht auf die Two-Boot-Laden und kriegen wir einen Strike! So, Mädels! Wo seid ihr? Lasst uns Enten füttern! Na, wir sind Rockstars! Wenig los hier heute, hm? Ach, Mann! Wenn man die Mädels braucht, sind sie nicht da! Ist doch immer das Gleiche! Ach, weißt du noch, Konrad! Früher, wo man hier so schön geschillt am Wasser saß und die Enten gefüttert hat! Das waren noch Zeiten! Ja, ja! Im ferngesteuerten Boot gefahren! Hä? Aber normalerweise ist doch bei der Elgato das Komponentenkabel vorbei! Was hast du gezahlt für dein... Ich bin Österreicher, wer weiß das schon! Ich hab... Was haben wir gezahlt? Wir haben gezahlt für 190 oder so! Alter, da habe ich hier keine Hand verpasst! Ja, ist ja eigentlich nicht so toll! Willst du schon wieder eine Zigarette da schnurren? Also ich weiß, früher waren die Mädels hübscher hier! Ja, ne? Ist jetzt nicht so mein Typ! Ey Schnecke! Ich hab nen Big Mac in der Hose und nen Affo aufm Kopf! Ich lass mich mal alleine! Das scheint ihr wohl nicht zu imponieren! Ich lass mich mal alleine! Ich darf, ich geh heut doch nicht mit! Blöde Sau! Hahahaha! 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 Dinge ja Heldenbieder für Let's Player wie euch! Hahahaha! Hahahaha! Der Konrad erschlug den Drachen! Hahahaha! Hahahaha! Nimm das Konrad! Du hast meine Freundin geschlagen! Nein, tu's nicht! Hahahaha! Hahahaha! Jetzt will ich aber schon langsam frei sein, weil so rein Audi visuell ist das echt ziemlich richtig! Hahahaha! Steig ein! Hahahaha! Dockster! Ich will doch nur mit meinen Freunden spielen! Ich hab ja sonst keine Freunde! Hahahaha! Pack dein Knüppel weg! Hahahaha! Hahahaha! Nimm das! Ok, jetzt will ich's aber langsam echt sehen! Audi visuell wie gesagt! Hahahaha! Hahahaha! Pack dein Knüppel weg! Hahahaha! Hahahaha! Ich zeig dir gleich was ein Knüppel ist! Hahahaha! Geh mal von mir runter! Hahahaha! 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 Geh doch mal von hier runter jetzt, Mensch! Hahahaha! 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 So hier hasst du mein Knüppel! Hahahaha! Hahahaha! Tig ist ja schon wieder! Hahahaha! ütün politic gestern! Hahahaha! Anniets! Wohl gekommen! Hahahaha! Hahahaha! Huuh! Hahaha! Was hast du denn da! Hahahaha! Also mit dem Knüppel habe ich keine Chance gegen dich! oh mein gott das wird wieder der helden sage jetzt nehme ich die brechstange so konrad mit dem harten knüppel jetzt kommt die brechstange und die heißt so weil man die so tief in den hals steckt bis man brechen muss so so k oh mein gott auslösung von lauter das ist ein standard und das Ziel für Germany's Next Top ja so ungefähr Aber ich habe schon so ein Fenster oben reingehauen. Ja, los! Yeah! Oh, los! Oh, los! Ja! Wer angelaufen kommt. Yeah! Und weiter geht's. Ach, ist das eine schöne Gegend. Yeah, ich bin so cool. Ich glaube, du da oben noch draufbleibst. Oh, knapp, knapp mit deinem Zylinder. Aber irgendwie erschüttert dich nichts da oben, oder? Ach, ist das schön, so eine Sightseeing-Tour durch Los Santos. Ja, ich bin so cool. Rolling rolling rolling. Keep in keeping rolling. Didi didi. Didi dididi. Naja, also irgendwie komme ich bei euch irgendwie nicht rein. Weiß nicht. Sind wir so eng? Ja, aber ich... Ihr seid so... Alter! Das geht, das ist burnt, ja? Boah, das ist geil. Wir sind so tight, you know. Wir wissen, keine Freunde gibt es früher möglich nicht. Nur weil ich schwarz bin. Ja, du bist auch grüßreich. Nur weil ich schwarz bin. Nee, nur weil ich schwarz bin. Nur weil ich schwarz bin. Oh, nein! Oh, nein! Erklärt das so einiges. Oder man ist dann getredigt fürs Leben. Eins von beiden. Auf jedes ist Risiko eigen. Alter! Du setzt auch wieder alles hier im Breiten. Ja, jetzt kommst du ohne Boot zurück, oder was? Hör auf, dich zu beschweren! Nicht gleich schießen! Ich bin doch über alles reden! Voll auf die Schnauze gehauen mit seinem Blei. Ich hab nicht geschossen. Kann ich nur mal anmerken. Eine Kiste wurde abgeworfen. So, wo ist das Fragezeichen? Oh, wir sind sogar am nächsten dran. Cool! Schnell! Schnapse dir, Ray! Ja, das war sein Plan! Schnapse dir! Ey! Wo willst du hin? Zur Kiste! Oh! Ja! Du bist mir ins Feuer gelaufen! Ich wollte deine Kiste schon gar nicht haben! Und dann schießt du mich vor der Kiste weg! Ne, ich lasse dir! Aber du musst die Kiste aufschießen! Und du bist mir genau vor das Gewehr gerannt! Ach, das muss ich aufschießen? Ne, oder? Guck mal! Ach! Hast du das jetzt gekriegt? Ja! Ich wollte dir das doch lassen! 2.000 Dollar und 715... Du Schlappe! Ach, das ist ein Schlachtstach! Hast du auch einen Schlachtstach? Ich habe einen, äh... einen Golfschläger! Wieso treffe ich dich denn nicht? Nein! Voll auf den Arsch! Jawoll! Konrad ist nobel! Nein! Tu mir nichts! Ich bin Pflegerei! Ach, das kann sein! Das ist ja ein geiler... Das ist ja ein geiler Flitzer! Steig ein, mein Freund! Ist ja cool! Oh! Ist schön, ne? Ja! Wenn ich dir zu schnell bin, sag Bescheid! Nö! Aber vorne ist gleich 30-Zone, weißt Bescheid, ne? Kotztüten sind, äh, im Sitzfach hinten drin! Okay! Ja, alle zwei Minuten... Wow! Wow! Nein! Yeah! Den Bausteck... äh, Baus... Blablabla... Blablabla... I'm a Scatman! Woah! Alter! Bin ein Rockstar! Nur ein Rockstar! Ich fahr die beste Cargo der... Yeah! Oh Gott! Oh, du Reine im Wasser! Alter! Ja! Kommen wir dann nochmal raus? Nein! Mein Tschüss! Boah! Los! Au! Wie traurig! Lebst du doch? Ja! Ach ja! Herz prüif! kompelerpfie! Ach ja! their und ルク... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.